Hallo, einen schönen guten Morgen, meine Instagram-Freunde. Instagram-Freunde, hör mal zu, hör mal zu. Ich war hier heute bei Jobcenter, ich sag, ich hab kein Geld bekommen. Normalerweise pro Monat sind es nur 100 Euro. 900 Euro, normalerweise meine Bank. Ich guck meine Sparkasse, null Euro, gar nix. Ich bin zu Jobcenter gegangen, die sagen, nein, gearbeitsamt. Was Aoka? Ich war bei Aoka. Die spielen mit mir. Bin ich Basketball? Bin ich Basketball? Dass sie mit mir spielen hier? Ich bin 1.000 Euro, ich bin mein Para, Para. Vor der Abkühlung, vor der Genießung. Die schicken mir kein Geld. Spielen die mit mir? Jobcenter macht mit mir Faxen? Nein, nein, absolut gar nicht. Ich bin auf 180. Mit mir spielt man nicht. Ich bin ein Idiot.